Hallo, ich bin Clariel. Hallo, ich bin Elisa. Und heute drehen wir ein neues Video über 10 Arten Schwestern. Bist du bereit, Elisa? Ja. Das erste ist die Pätze. Clara, wollen wir den Zuckorigen essen? Nein, das dürfen wir nicht, Elisa. Doch, dürfen wir. Nein. Papi, Elisa isst einen Schokoriegel. Du Pätze. Die gemeine. Clara, ich will jetzt den Dinosaurier haben. Nein, das ist doch mein Dinosaurier. Wenn du ihn nicht mehr gibst, dann sag ich, Papi, hast du mich gehauen? Danke, kommst du eher da. Boah, du bist aber gemein. Die beste Freundin? Elisa, du bist immer eine beste Freundin. Ja, und du auch. Die Einzelgängerin? Clara, wollen wir zusammen malen? Nein, ich möchte allein malen. Clara, darf ich mitspielen? Nein, ich möchte alleine spielen. Ich. Clara, wollen wir zusammen hören? Nein, ich möchte allein hören. Clara, kann ich auch mit hinfallen? Nein, ich möchte alleine hinfallen. Und es macht mir auch alleine Spaß. Die Schwester, die sich immer kümmert. Was ist denn los, Elisa? Kann ich weiter malen? Komm, ich zeig's dir. Na? Was möchtest du malen? Das hier. Kannst dir helfen? Ja. Ich muss deinen Kuchen backen. Ja, komm, ich helf dir. Ja, natürlich. Kannst du ran? Die schlaue Schwester? Hm. Clara, willst du mit mir spielen? Nein, ich habe was Wichtiges zu tun. Ich muss den Sinn des Lebens herausfinden. Hm. Dann eben nicht. Ah, vielleicht. Die erwachsene Schwester. Clara, willst du mit tanzen? Ach. Nein, wie kindisch. Clara, willst du auch schaukeln? Nein, 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 nein. Das ist viel zu kindisch. Da mach ich nicht mit. Das ist das Gras. Clara, willst du auch mit spielen? Das Glas geht doch kaputt. Das ist doch lebensgefährlich. Nein, da mach ich nicht mit. Na, da ist ein Problem. Clara, willst du auch ein Eis? Nein, wie kindisch. Ja, gerne. Na, 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 na. Die ausgezeichnete Schwester. Willst du mit mir spielen? Ja, aber du weißt. Ich gewinne. Hä? Hä? Ja, da soll ich ja einen Burg bauen. Ja, aber weißt du was? Ich gewinne! Hey, Lisa, guck mal. Wollen wir Schach spielen? Ja. Aber denk dran, ich gewinne! Ha! Schachmatz! Nein! Und die Strenge, Schwester. Man schreit nicht so laut. Was wird der los? Nicht schmacken! Halt das Messer gerade. Schön daran denken, den Arm hochzunehmen, wenn du isst. Schon besser. Clara, warum guckst du mir bei Essen zu? Weil ich deine Tischmanieren prüfen muss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Auf meinen Pernalala-Puß! Tschüss! Hallo, ich bin Clariel und heute drehe ich ein Video. Hallo, ich bin die Lisa. Die Schwester, die sich immer kümmert. Was ist denn los, Lisa? Ich kann nicht weitermachen. Komm, ich zeig's dir. Na, was möchtest du machen? Das hier. Ein Wurm? Oder wie jetzt? Lisa hat nichts gesagt. Bumm, 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 Bumm. Was ist das denn für eine Haltung? Und wie sie läuft? Man muss so gehen wie ich. Das wäre perfekt. Warum bei Tagskönig im Grade stehen? Warum isse ich Banane? Kuchen! 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 Kuchen!